Der zweite Brawler heisst Edgar und er ist kostenlos. Edgar ist ein epischer Brawler. Er arbeitet mit Colette im Geschenkeladen. Edgar möchte gern cool und mysteriös sein. Das schafft er aber nicht so wirklich. Er ist ein schneller Nahkämpfer, der mit seinem Schal angreift. Das ist eine seltsame Idee. Er hat wenig HP, dafür heilt er schnell. Seine Ulti lädt sich selber auf, wie bei Daryl. Mit der Ulti kann er über Hindernisse springen und so nah an Gegner rankommen und sie angreifen. Erinnert mich ein bisschen an Crow. Er ist gratis während der Brawly Days. Danach wird er weiterhin in Boxen verfügbar sein. Was meint ihr zu Edgar?